Wie machtvoll ist eigentlich die zauberstablose Magie in Harry Potter? Das und mehr, jetzt in diesem Video. Heute widmen wir uns einer faszinierenden Form der Magie in der Welt der Zauberer, der zauberstablosen Magie. In der Harry Potter Reihe sind die meisten magischen Szenen mit Zauberstäben verbunden und es ist ziemlich schwer vorstellbar, dass Magie ohne sie funktioniert. Doch es gibt einige Momente, die genau das zeigen. Angefangen von der unschuldigen Szene in der Stein der Weisen, als Harry Potter zum ersten Mal Ollivanders Zauberstabladen betritt, bis hin zu den bedeutsamen Handlungssträngen, die sich um den Zwillingskern und Lord Voldemort streben, nach dem mächtigsten Zauberstab aller Zeiten, dem Elderstab drehen. Diese magischen Momente ohne Zauberstäbe sind entscheidend für die Bücher und die Filme. Trotz all der großartigen und schrecklichen Dinge, die Hexen und Zauberer mit Hilfe von Zauberstäben vollbringen können, gibt es auch eine Vielzahl anderer Formen extrem mächtiger Zauberei ohne Zauberstäbe. Tatsächlich kann die Magie, die von Hexen und Zauberern praktiziert wird, auch ohne einen Zauberstab ausgeführt werden. Das bedeutet, dass der Zauberstab selbst nicht die Magie hervorruft. Er dient lediglich als Kanal für die Macht einer Person, um die Magie kontrolliert und gezielt freizusetzen. Dies erklärt natürlich, warum junge Hexen und Zauberer in der Lage sind, versehentlich Magie zu wirken, bevor sie ihren ersten Zauberstab erhalten. Diese unkontrollierten Magieausbrüche treten typischerweise auf, wenn ein magisches Kind starke Emotionen erlebt. In solchen Momenten entweicht ihre Magie einfach, was oft zu chaotischen Situationen führt. Es ist anzunehmen, dass dies auch erklärt, warum die Magie eines Obscurials so unvorhersehbar und gefährlich ist. Obscurials sind junge Hexen und Zauberer, die versuchen, ihre Magie zu unterdrücken und infolgedessen oft ungewollte Ausbrüche starker und kontrollierbarer Magie erleben, die mit ihren Emotionen verbunden sind und die ziemlich gefährlich sein können. Wir sehen dies sowohl bei Ariana Dumbledore, der jüngeren Schwester von Albus Dumbledore, als auch bei Creedence Barebone in den fantastischen Tierwesen Filmen. Obwohl zauberstablose Magie unberechenbar sein kann und sicherlich schwieriger zu kontrollieren ist als Magie mit einem Zauberstab, ist es wichtig zu verstehen, dass ein Zauberstab nicht unbedingt erforderlich ist, um mächtige und absichtliche Magie auszuüben. Tatsächlich ist der Zauberstab selbst eine Erfindung Europas und wird nicht überall auf der Welt verwendet. Zum Beispiel lernen afrikanische Hexen und Zauberer, die an der Zauberschule von Uagadu in den Mondbergen des Kontinents studieren, zauberstablose Magie, da Zauberstäbe erst in den letzten 100 Jahren als Hilfsmittel eingeführt wurden. Es bleibt jedoch unklar, ob die Magie ohne Zauberstab in Europa mächtiger oder weniger mächtig ist als die mit Zauberstab. Das liegt daran, dass nur die erfahrensten Hexen und Zauberer bekannt sind, die sie effektiv nutzen können. Und ihre Fähigkeiten sind ebenso beeindruckend mit Zauberstab. Beispiele dafür sind der dunkle Zauberer Gellert Grindelwald, Professor Albus Dumbledore und natürlich auch Lord Voldemort, die alle dafür bekannt sind, zauberstablose Magie mit dramatischen und tragischen Folgen einzusetzen. Soweit ich weiß, ist zauberstablose Magie, die von einer Hexe oder einem Zauberer gewirkt wird, genauso wirksam wie ihre Zauberstab-Magie, vorausgesetzt, sie können sie so gut kontrollieren wie die Zauberstab-Magie. Ich nehme an, dass diejenigen, die zauberstablose Magie beherrschen können, einen klaren Vorteil gegenüber denen haben, die das nicht können, da sie ihre Magie jederzeit und ohne Einschränkungen einsetzen können. Die Magie selbst wäre nicht unbedingt mächtiger, jedoch könnte sie als solche angesehen werden. Da sie eine Hexe oder einem Zauberer einen beträchtlichen Vorteil gegenüber einer Person verschafft, die auf die Verwendung und somit die Anwesenheit eines Zauberstabes angewiesen ist. Eine weitere Form der zauberstablosen Magie, die vermutlich mächtiger ist als die der Zauberer, ist die der Kobolde. In der gesamten Harry Potter Reihe begegnen wir den Kobolden hauptsächlich, wenn Harry die Gringotts Zaubererbank in der Londoner Winkelgasse besucht. Da es offensichtlich unüberwindbare Spannungen zwischen den beiden Spezies gibt, die sich in anderen Bereichen ihres Lebens nicht integriert haben. Dennoch erfahren wir bei jeder dieser Gelegenheiten etwas mehr über die Kobolde, die das Finanzsystem der Zaubererwelt leiten. Nach jedem dieser Besuche scheint es ein paar wichtige Erkenntnisse zu geben. Die bedeutendste Erkenntnis zumindest für mich ist, dass Kobolde äußerst geschäftstüchtig sind und ein scharfes Auge für Fälschungen und wertvolle Gegenstände haben. Sie verfügen auch über ihre eigene, einzigartige Art der Magie, ohne Zauberstab, die sich von der der Hexen und Zauberer unterscheidet. Ein Blick in einige ihrer magischen Fähigkeiten erhalten wir, wenn Harry einen der Tresore der Bank besucht, die alle durch die Magie der Kobolde geschützt sind. Zum Beispiel wird Harry Zeuge wie der Kobold Griphook bei seinem ersten Besuch bei Gringotts einen hochsicheren Tresor öffnet. Bleibt zurück, sagte Griphook wichtig. Er berührt die Tür vorsichtig mit seinem langen Zeigefinger und sie schmolz einfach weg. Wenn jemand anderes als ein Gringotts Kobold das versuchen würde, würde er durch die Tür gesaugt werden und darin gefangen sein, erklärte er. In der gesamten Saga finden sich auch mehrere Hinweise darauf, dass Kobolde über furchterregende Magie verfügen, vor der man sich in Acht nehmen sollte. Dies zeigt sich daran, wie Rubius Hagrid versucht zu erklären, warum Gringotts ein so sicherer Ort für Hexen und Zauberer ist, um ihre Wertsachen aufzubewahren. Ja, ihr wärt verrückt, wenn ihr versuchen würdet, ihn auszurauben, das kann ich euch sagen. Legt euch niemals mit Kobolden an, Harry! Gringotts ist der sicherste Ort der Welt für alles, was ihr sicher aufbewahren wollt, außer vielleicht Hogwarts. Trotz der Fähigkeiten der Kobolde und ihrer Fähigkeit, die Wertsachen der Zaubererwelt zu schützen, besteht eine bemerkenswerte Feindseligkeit zwischen Zauberern und Kobolden. Wie bereits erwähnt, führen diese beiden Spezies ein weitgehend getrenntes Leben, abgesehen von ihren Interaktionen in der Bank. Und während es scheint, dass die Mehrheit der Zauberer die Kobolde als Bürger zweiter Klasse behandelt, scheint der Hauptgrund für diese Spannungen auf eine sehr bedeutende Angelegenheit hinaus zu laufen, und zwar Macht. Die Kobolde haben angedeutet, dass sie glauben, Hexen und Zauberer hätten absichtlich die Zauberstab-Magie von ihnen ferngehalten, um zu verhindern, dass ein Kobold-Kind noch mächtiger wird, als es bereits ist. Das deutet darauf hin, dass Zauberstäbe für die Kobolde die Fähigkeit haben, ihre Magie zu verstärken. Angesichts dieser Überlegungen, würde ich behaupten, dass obwohl die Magie der Kobolde kraftvoll und effektiv ist, menschliche Magie ohne Zauberstab wahrscheinlich sogar noch mächtiger ist. Abgesehen davon werden wir uns heute mit der letzten Form der zauberstablosen Magie befassen, die meiner Meinung nach sogar noch mächtiger ist als die zauberstablose Magie von Zauberern oder Kobolden. Die Magie der Hauselfen. Obwohl es wahr ist, dass Hauselfen im Grunde Sklaven sind und den menschlichen Herren dienen, ist ihre zauberstablose Magie oft fortschrittlicher als die der Zauberer. Dies ist tatsächlich eine Beobachtung, die unser lieber Harry Potter an einer Stelle der Saga selber macht. Denn um ihre Magie auszuüben, benötigen sie natürlich keine Zauberstäbe und müssen auch keine Beschwörungsformeln rezitieren. Dies deutet darauf hin, dass Magie, die für die Menschen unglaublich schwierig und komplex ist, wie Zaubersprüche ohne Worte oder Zauberstäbe, für Hauselfen zur Natur geworden ist. Sie haben auch die Fähigkeit, ihre Magie an Orten anzuwenden, an denen Hexen und Zauberer nicht zaubern können. Ein Beispiel dafür ist ihre Fähigkeit zu apparieren und zu verschwinden, wo immer sie wollen. Trotz der Schutzmagien an Orten, die es Hexen und Zauberern unmöglich macht, dasselbe zu tun, wie zum Beispiel auf dem Gelände von Hogwarts. Hauselfen sind auch in der Lage, Zaubersprüche zu wirken, die von Hexen und Zauberern nicht gebrochen werden können, was darauf hindeutet, dass ihre Magie möglicherweise sogar noch stärker ist. Und dennoch, obwohl sie über eine scheinbar überlegene Magie verfügen, werden sie als eine niedrigere Klasse als Hexen und Zauberer betrachtet. Natürlich habe ich auch eine Theorie dazu, warum das so ist, also wenn dich dieses Thema interessiert, empfehle ich einfach mein Video anzuschauen, warum Hauselfen der Zaubererwelt dienen, wenn sie so mächtig sind. Auf jeden Fall ist es meiner Meinung nach ziemlich klar, dass die mächtigste zauberstablose Magie in der Zaubererwelt von Harry Potter tatsächlich die Magie der Hauselfen ist. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieses heutigen Videos. Stimmt ihr mir zu, dass Hauselfen die mächtigste zauberstablose Magie besitzen? Oder gibt es eurer Meinung nach noch andere beeindruckende Formen von Magie, die ohne Zauberstab ausgeführt werden können von anderen Wesen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. 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 Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.